Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video auf meinem Kanal. Es handelt sich dabei um ein Info-Video, dass es jetzt bald demnächst ein Together mit einem Partnerkanal geben wird. Der Partnerkanal heißt It's Danny und wir haben da demnächst vor, jetzt ein Together aufzunehmen. Ihr könnt auch auf so einem Kanal mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Also ich hab den in der Kanal-Info verlinkt und da könnt ihr auch vorbeischauen. Macht auch gute Videos, macht halt kein Nintendo, sondern so Sachen wie Battlefield oder GTA. Also falls euch das interessiert, könnt ihr ruhig bei ihm vorbeischauen. Und ja, wir machen jetzt demnächst mal ein Together. Ich werde jetzt noch vielleicht dann bald ein Mario-Make-Up-Part aufnehmen, das kann sein. Ansonsten kann ich hier in dem Info-Video nicht so viel sagen. Also, wie gesagt, es wird jetzt demnächst ein Together mit ihm gehen. Freut euch schon mal drauf. Wird bestimmt lustig. Wir wissen noch nicht, was wir spielen, aber... Ja, überlasst euch da überraschen. Wir überlegen auch noch. Und dann noch hier viel Spaß mit dem Rennen. Ich bin nochmal raus. Ciao, Leute. Und dann noch hier viel Spaß mit dem Rennen. Und dann noch hier viel Spaß mit dem Rennen. Vielen Dank.